Milch ist billiger Rohstoff, der in alles reingemischt wird. Man arbeitet nur noch von den Konzernen, von der Kraftstoffindustrie. Selber bleibt man auf der Strecke. Bauern haben mittlerweile eine überproportionalen Selbstwertrate. Farming is the best business of them all. Das ist eigentlich das, was man zum Überlegen denkt, ob das alles so richtig ist, das ganze System. Ich komme ein Athlet. Wir produzieren mehr per hektar. Wir produzieren mehr per animal. Die Politik der Europäische Union ermöglicht, dass wir ein Dumping in unsere Ökonomie verwendet haben. Wir sagen, wir haben eine Dump-Swing. Milch ist etwas, was erhöhtes. Das ist einer der Faktoren, was erhöhtes. Wir müssen wieder vom Traktor runter und wir müssen Boden in die Hand nehmen und Boden verstehen. Die Mittel da packen. Der Faktoren der Faktoren, der ist eine Dump-Swing. Aber nicht mehr auf die Bedingungen sind. Das ist eine Dump-Swingung. Das ist eine Dump-Swingung.